Peace Leute was geht ab und willkommen zu meinem Video. Heute werde ich euch zeigen wie man in Alice 19 unendlich Geld bekommt. Als erstes zeige ich euch wieviel Geld ich jetzt habe. Ich habe 572.000. Ich wollte jetzt zum Beispiel eine Million oder so. Wir gehen erstmal wieder hier raus. So dann gehen wir unten auf den Ordner. Dann auf Dokumente. My Games. Farming Simulator 2019. Dann auf das Save Game wo ihr das Geld haben wollt. Das wäre bei mir als Save Game 2. Ganz oben steht dann Career Save Game. Da klickt ihr mit rechts. Klickt drauf. Öffnen mit. Mit Editor. Dann scrollt ihr ganz runter und hier steht euer Geld. Wenn wir jetzt eine Million wollen. Geben wir ein. 1.000.000. So eine Million. Einfach bei Geld bei Money eingeben. Dann geht man zurück. Speichert es auf jeden Fall. Dann geht man auf Farms. Öffnet es auf. Rechtsblick. Editor. Und hier oben steht der alte Betrag. Der wird gelöscht. Und wir geben den Betrag ein. Wo wir gerade eben eingegeben haben. Das waren eine Million. So. Dann gehen wir einfach wieder zurück. Speichern. Und das war es schon. Ganz einfach. Jetzt gehen wir wieder in den LS19 rein. Und in der Zeit wo es jetzt hier ladet. Ganz kurz die Frage. Wie findet ihr meine neue Perspektive. Also ich habe jetzt hier ein Objektiv auf meiner Kamera. Und jetzt sieht man hier mein ganzes Zimmer. Und hier haben wir außen Tastatur. Und mein PC. So. Schon drin. Schreibt es mal in die Kommentare wie ihr das findet. Und hier sehen wir Spielstand 2. 1.000.000. Euro. So. Und dass ihr mir glaubt. Dass es nicht nur ein Anzeige Bug ist. Ganz einfach. Gehen wir jetzt in das Spiel rein. Und dann werde ich euch beweisen. Dass es kein Bug ist. Sondern dass es funktioniert. Dass es abgebucht wird. Ihr werdet uns einfach jetzt irgendeinen Traktor oder so kaufen. Ähm. Ja. Dann seht ihr. Dass es alles funktioniert. Jetzt müssen wir noch mal ganz kurz warten. Und wenn ihr wollt. Dass ihr. Ähm. Mal so LS19 Videos. Mach. Dann schreibt es auch mal in die Kommentare. Und. Dann werdet in Zukunft. Ein paar LS19 Videos kommen. Aber es werde ich glaubt sowieso welche. Kommen wir bei euch ab richtig Lust auf. LS19 halt. Wüsst ihr so zu spielen. Weil das suchtet schon. Also es macht schon Spaß. Ah. Ganz wichtig. Nur noch heute. Gibt's LS19 für den PC. Kostelos. Und zwar bei Epic Games. Holt's euch. Auf jeden Fall. Das gibt's einfach umsonst heute. Aber heute ist der letzte Tag. Ihr müsst heute. Ähm. Kaufe heißt ja natürlich. Ja. Kostelos. Heute müsst ihr euch das wohl. Wenn ihr das wollt. So. Wir gehen jetzt in den Shop. Hallo. Ah. Kaufe uns. Irgendein Traktor. Der hier. Ähm. Ganz kurz. Der fertige Motor reinbaut. Das kostet jetzt. 521.000. Kaufen. Und. Schaut auf unser Geld. 4.800. 4.800. 4.078. Äh. 4.78.500. So. Wie ihr seht, es hat funktioniert. Ganz kurzer Beweis. Wir gehen jetzt. Ähm. Ganz kurz zum Shop. Und hier steht. Nein. Hinter dran. Hier steht. Unser Traktor. Wo wir gerade gekauft haben. Und hier. Wie ihr seht. Es funktioniert alles. Geil oder? Ihr habt einfach und einfach Geld. Ihr könnt so viel Geld eintragen wie ihr wollt. Das wird einfach funktionieren. Das war's mit dem. Wundervollen Video. Wenn euch das gefallen hat. Lasst gerne ein Like da. Und ein Abo. Und. Bis zum nächsten Video. Und peace.